Ich habe mal wieder keinen geholt. Ich kann den Bauhof einnehmen für, naja, nichts und wieder nichts. Moment, der wird mit Geld verringen, ne? Das hoffe ich einfach mal. Ich sollte vielleicht nur die Ordos-Ding da einäschern, da kommt nämlich dauernd irgendwelches insektoide Zeug raus. Mach mal den da platt. Nicht da wirklich die Alternativen-Missionen noch spielen. Apropos, mach ich mal auf meine Basis. Nichts. Ich habe noch was Neues. Das kommt hier schon abwechselnd. Hey, wir können das jetzt noch verteiligen. Ja, was? War das auf die Ordos? Verräter! Ich wusste es! Schon, als ich den Auftrag gegeben habe. Das ist nur so günstig und ich habe kein Geld. Ich hätte vielleicht noch mehr einnehmen sollen. Waffen wir die? Na ja, wahrscheinlich eher nicht. Nein, das lohnt sich alles andere nicht. Lauf! Ah, schön. Hey, das machen wir mal. Lauf, lauf! Mission failed. Da unten sind ja der Sammler. So. Da ist ein Viva-Wurm. Und ich baue noch ein Kricke. Ich glaube, die Tümmel kann ich jetzt verkaufen, oder? Ich lasse mal lieber noch ein wenig stehen. Gebt noch ein wenig euer Geld aus. Ja, baut mir ruhig neue Windpfeil. Hey, sie greift meine Basis an. Na ja, die Dinger halten nicht wirklich lang. Das war ja im ersten Mal als Infanterie-Unterstützung geplant. Und weil ich halt noch eine Einheit bauen kann, das würde ich die gar nicht bauen, aber... Na ja, was soll's. Ich glaube, es soll noch ein paar mehr Einheiten bauen können. Hat ja auch viel Schöne. Ah, du laufst natürlich mal wieder. Ja, genau. Wegfindung ist genauso kacke wie ein Dings. Da ist auch immer diesen Dinger entlang, mehr oder weniger. Braucht noch ein Quad. Braucht noch ein Audi, Mensch. Ah. So. Da kommt eine weitere Einheit rausgefahren. Eine. Lohnt sich voll. Kann gar nicht sagen, wie sehr sich das lohnt so. Hey, haben neue Windpfeile gebaut. Muss ja aufpassen, ich das ist immer auch eine Bauen, oder... Sammler. Jetzt, wo es gar günstig ist. Komm schon, lauf schnell. Oh, lass die doch mal durch. Ja, Sir. Sind durch. Er ist wichtiger als hier. Nee, vielleicht. Wirklicherweise. Machen wir einen Quad. Äh, lauf. Lauf vor das Lauf. Ja, Sir. Komm schon. Ich kann wieder die Hightech-Nicht-Auffrissbare-Fabrik bauen. Und sonst gar nichts. Jetzt kostet es euch wieder ewig viel. War ja klar. Na, ich lasse euch noch einen Moment oben stehen. Ich weiß immer noch nicht, wo der Unterschied ist. Hat mir auch niemand gesagt. Aber die sind so nutzlos mal wieder. Und die Dinger sind totaler Schrott. Noch irgendwas Neues bauen? Nee, noch nur. Ja, wunderbar nützlich. Standing by. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich, Jungs. Ich möchte kotzen, wenn ich euch sehe. Jetzt hast du ja noch mehr. Was macht das Spiel jetzt nur, um mich zu ärgern? Rassistisches Spiel. Ach, gleich kostet es wahrscheinlich 874, oder? Ach ja. My base is under attack. Schön, dass sie auch unterwegs nicht schießen können. Sehr gut gemacht. Gleich kostet es 849, wahrscheinlich. Das war jetzt vielleicht nicht so eine super Idee. Unit ready. Unit last. Mach was. Was macht es schon, wenn wir eine Einheit verlieren? Und jetzt geht es irgendwie total langsam. Unit last. Reporting. Aim saved. Jetzt geht es wieder normal. Gut. Ja, ich verändere im Hintergrund noch ein wenig. Und es ist immer noch so teuer. Es ist so teuer. 850, ihr wollt mich ja wohl verabschieden. Unit lost. Unit lost. Äh, du kommst eh nicht mal. Okay, ich verkeh's das. Verkeh's, was ich gesagt hab. Was hast du gesagt? Ach, was du nicht sagst. Was ist das denn wieder rausgefunden? Was? Ich hab' mir immer ne Türme kaputt gemacht. Schnell, handelt sie auf. Ich hab' keine... Neuuuun. 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 Auch Kohle. Mensch. Mensch. Ist doch immer lustig hier. Ich muss die ausradieren, aber schnellstens. Wann das jetzt so ein schwarzes Blinken? Wird schon passen. Hat das jetzt mal aufgepasst. Finde ich Pech gehabt. So. Ach, was du nicht sagst. Noch gar nicht aufgefallen, dass die auf uns schießen. So, sowieso. Ja, jetzt ist es natürlich wieder günstig. War klar. Was? Du sollst dir nix bilden. Du sollst dir keine Bilder malen. Nein. Nein. Ja, Commander. So. Jetzt trinke ich euch mal in den Arsch. Ja, wie gefällt euch das? Höhöhöhöhöh. Formel 1. Und da kommt auch schon Summler 2. Oh, wie nütlich. Sie greift mal ne Basis an. Oh, sie greift mal ne Panzer am Leben mit. Bisschen was an. Bisschen mehr und es wird ja fast schon gehen. Jetzt kostet es natürlich wieder ewig vier. Fahr nur weg. Aber du kannst mir nicht entkommen. Da unten nehme ich die Karte auf. Denn die Welt ist ein Quadrat momentan. Ein Viereck. Viereckiges Quadrat. Ja. So, ein Quadrat mehr als Vierecke haben könnte. Die Söldner wurden ausgelöst. Ach, das waren die Söldner. Okay. So, einfach drüber fahren. Oh, willst du irgendjemanden abholen? Suchst du, wen bestimmt ist? Ja, dann macht man diese ganzen nervigen Insektenidien-Dinger da weg. Turb, vernichtet Turb. Veranischt der Sturm. Ihr fahrt nicht so dämlich da irgendwo in der Bamba rumgefahren. Reicht mal mit an. Grat. Ach, das sollte man mal ausschalten. Faller 0 hier. Haben wir ja eben mit Dunklern hingebaut. Boah, 674. Oh, du verarschen jetzt, oder? Ich hab wieder kein Geld. Ja, nochmal brauche ich das nicht. Hat eh keinen Zweck mehr. Ach, ist schon wieder das Schalb kaputt, nachdem er aufgebaut ist. Ist ja cool. Weiß zwar nicht warum, aber ist das cool. Oh, ich hab' den Scheuchel noch aus. Schöne Sache, das. Die Bauform war noch platt. Dann hat sie die Sache bald erledigt. Hoffe ich. Oh, die Karte wird größer. Die Gelben bauen einen neuen Bauhof. Invest, Waffenverbringer oder sowas. Das sollten wir auch mal kaputt machen. Bei Gelegenheit. Und das Ding da vielleicht auch. Ist ja noch so ein Insekt. Schön, die explodieren. Völlig überzogenen Feuerball, aber egal. Oh, das ist ein Verteilnisgebäude. Sollte man auch mal in die Luft sprengen? Da fängt gleich die nächste Basis an. Das ist ja bitter. Oh, das ist aus wie jemand drüber gefahren. Komm schon, die Luft jagen. Jetzt kommt gleich die nächste Basis angefahren. Weil mich ihrer Basis näher. Ja, ja. Ja, gut, machen wir da eben gleich weiter. Ist halt ab vor zwei und zwei Koppel von da oben reingefahren. Äh, haben die noch eine Waffenfabrik? Ja, die haben noch eine Waffenfabrik. Egal, kümmern wir uns erst mal um die dann noch. Die haben noch einen Bauhof. Das heißt, die sind gefährlich. So ein bisschen. Was ist gut denn schon wieder? Die habe ich doch schon mal getötet. Warum habt ihr jetzt eine Hülle? Das ist gar nicht. Oh, noch mal so Pisser. Piss mich nicht an. Mann. Haben die keinen Bauhof? Ah, schön ist der. Ist wohl nur wieder rumstehen. Ja. Ich habe euch auch lieb. Ja, ja, ich will hier einheiten, ich weiß. Ich will hier noch mehr einheiten. Gut, ich sehe, wir stärken, wenn ich mal ankomme. Verdammt, ich hätte doch die Waffenfabrik, von denen er erst mal killen soll, ne? Die haben doch nur noch so eine kleine. Bekundig, wie die Panzer noch hier. Ruhe jetzt hier. Ja, das gehört auch dem grünen. Nicht dem roten. Oh, wenn das mehr wie braun aussieht. Sollte man mal abstellen. So schnell. Ah, fahr da mal schnell drüber. Danke. Sie haben Ruhe. Die nerven nämlich leicht. Fangen wir da runter. Die Verweislage ist ertrückend. Der Hitz ist genauso schlecht, wie durch Campy-Wüste. Ist ja schon wieder so ein Insekt. So jetzt hier. Wir haben keine Kampfpanns im Angebot. Die Schmuggler wurden ausgelöscht. Das war ein Schmuggler. Alles klar. Was auch immer. Die sind tot, mir erzählt nicht. Leckt mich. Wozu bieten mir die überhaupt an, so günstig, wenn ihr keine Auflage habt? Das ist doch scheiße. Und tschüss. Warum haben die zwei solche Dinger? Ich glaube, die Basis ist nicht so leer aussieht. Ja, das Ding in die Luft. Na, also. Ach, du kannst ja keine Einheiten überfahren, weil... ...du hast nur Räder und keine Ketten. Und mit Rädern kann man Menschen nicht überfahren. Deswegen gibt es auch keine Verkehrsregeln, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass man einen Menschen überfährt, wenn man wie 300 durch die Innenstadt fährt. Und Bürger steigen entlang. Weil es sind Räder, da kann man nicht mit rüberfahren, nur Menschen. Da wird man automatisch außenrum rumgedrückt. Außer natürlich mal Schneeketten drauf, dann geht das nimmer, ne? Dann muss man aufpassen, weil dann könnte es ja sein, dass man Menschen überfährt. Brennt ihr auf einer Leine ab? Ne. Welchem Spiel war das nochmal, muss ich auf einer Leine abdrehen? Keine Ahnung. Das ist nicht eines der neueren Commander-Conquer-Teile. Woher jetzt? Du wirst jetzt sterben, sterben, freust du dich, ja? Und Schuss. Ich könnte nicht mehr über Einheiten fahren. Genau, wir kommen ein und kommen werden. Es sind die vervollen, die nicht in Ordnung sind, daumen, wir kommen ein und kommen werden. Wir müssen ein ganz einfaches Spiel. Das ist nur irgendwie total drauf passiert. Oder, naja, also... Genau genommen passiert, komm mal, ich komme ja auf Dune. Naja, man merkt's. Wo willst du das jetzt hin transportieren? In die Basis! Werde ich doch mal in der Fresse gehalten. Na, 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 da ist gut, da ist gut. Ja, Commander. Ja, Commander. Commander. Warum dein Leben? Kannst nicht denn kommen? Ha, ha, ha. Aber du kannst es versuchen, ne? Regenerieren sich hier Sammler auch? Gute Frage. Nächste Frage. Oh, die Ordos wurden ausgelauscht. Ah, laut. Und wir haben voll krass Gebäudepunkte und Einheitenpunkte und Gewürzpunkte nicht so viel. Aber ich bin Geschwaderführer, ey. Ich bin so toll. Mein Penis ist unglaublich lang. Die Ordos wurden näherly wiped out. Ja. Schön. Und so. Der Imperator hatte lange Verhandlungen mit dem Baron. Ich fürchtete schon ein Bündnis. Aber heute hat mein Herr den Harkonnen alle Hilfe versagt. Versteht ihr? Die Harkonnen sind auf dem Rückzug in die Bestattungsebene. Sie rennen wie die Hasen. Schlagt jetzt zu. Schnell, schnell. Solange die Möglichkeit besteht, sie zu vernichten. Weil ich nicht sterben wollte, gehen jetzt tausend Männer in den Tod. My Lady. Ihr sagtet doch selbst, dass die loyalen Atreides für ihren Herzog sogar sterben würden. Wir geben ihnen gerade die Möglichkeit dazu. Wir? Dank ihres kleinen Auftrittes werden meine Sardukar die Atreides mit einer Übermacht empfangen und ihnen großzügigerweise ein Kriegerbegräbnis in der Bestattungsebene zukommen lassen. Eure Großzügigkeit, mein Lord, ängstigt mich. Aus gutem Grund. Weiß, ich glaube, die Bestattungsebene schon mal. Und war die nicht irgendwie viel weiter links? Hm. Die Konnen haben sie zurückgezogen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den entscheidenden Schlag gegen sie. Suchen wir die Feiglinge und verwandeln sie den Rückzug in ein Gemetzel. Ja, Rückzug heißt wie immer natürlich, dass der Feind eine riesige Basen hat und totale Überlegenheit. Wie immer halt, ne? Lassen sie nicht zu, dass sie sich wieder sammeln. Höhöhöh, mit ihren Sammlern. Höhöhöhöh, fahren sie rum und ernten ihre Leute. Für diesen entscheidenden Angriff stellen wir ihnen unsere fortschrittlichsten Waffen zur Verfügung. Setzen sie gut ein. Einsatzziele vernichten sich außer Konten. Viel Glück. Es folgt eine Beschreibung der Einheiten von der neuen Einheit im Gebäude, die zur Verfügung stehen. Schallpanzer, Voraussetzung, schwere Waffenfabrik und X-Forschungszentrum. Bewaffnung ausreichend. Nein, sowas gibt es nicht. Schallpanzer sind am wirksamsten gegen Infanterieeinheiten und umgepanzerte Fahrzeuge. Reichweite Mittel, Geschwindigkeit 12 kmh. Panzerung Mittel. Schallpanzer sind verwundbar durch Raketen und Kloßkla... Kloßkla... Kloß... Durch kloßartige Geschütze. Kloßklaß wie Geschütze. Vor den Schallpanzer beschädigt jede Einheit im Feuerbereich. Ja. Onythopter. Oh, Körperschnitt. Voraussetzung für bessere Hightech-Fabrik. Bewaffnung der nun schwach gepanzerte Onythopter ist das schneidende Flugzeug auf Tüung und kann 250 Kilo Bomben abwerfen. Einer ist am wirksamsten gegen Infanterieinheiten und ungepanzerte Ziele, kann aber sogar gepanzerte Ziele beschädigen. Das kann ich wohl erwarten bei einer 250 Kilo Bombe. Reichweite Strich. Geschwindigkeit 128 kmh. Panzerung Onythopter können nur vom Flugabbewaffen beschädigt werden. Der Fall natürlich wahrscheinlich reichlich hat. Raketenturm. Voraussetzung für besserten Bauhof und Außenposten. Einsatzzweck Verteidigung des Stützpunktes. Der erheblich aufgerüstete Raketenturm hat eine größere Reichweite und eine deutlich größere Feuergeschwindigkeit als der Geschützturm. Das verbesserte Zielerfassungsgerät des Raketenturms berücksicht zum Betrieb allerdings elektrischen Strom. Und der normale Turm braucht keinen Strom? Ja. Keine Ahnung. Passerung schwer. Der Raketenturm ist sehr widerstandsfähig gegen kleinere Geschosse und gegen Sprengstoffe. Kann aber mit Rakete oder Kloß, dass ich es heute habe, ne? Kloßen. Großkalibriger Munition beschädigt werden. Würde ich mal sagen, wir drücken statt und wir sind nicht rechts unten, nein, wir sind auch links unten. So, dann würde ich mal sagen, ja. Erst mal, ich habe keine Orders. Ich habe keine Orders! Was wollt ihr mit mir? Was wollt ihr mit euren Orders ständig? Und so wie das vorangeht, habe ich das Gefühl, das Spiel ist sehr schnell vorbei. Wow. Ich hätte es mir länger gehalten. Keine Ahnung. Also, der Nachfolger im Peror Schlacht um Dune ist da deutlich länger. Zumindest in meiner Erinnerung. Gut, andersherum bin ich noch nicht durch, ne? Soll ich lieber die Fresse halten, bis ich durch bin. Also, ich habe einen Platz, dann kann ich oben noch ein Türmchen oder so hinbauen. Komm, dreh dich. Oh, mach schneller. Besten Dank. Wobei, ich brauche ja schon eine Stunde oder so für so eine Mission. Braut schon wenig, so eine Mission. Gut, andererseits der Lärmstube rot habe ich auch noch viel länger gebraucht. Bisschen, also auf jeden Fall, ne? Übrigens, 210% Energie. Was irgendwie total nutzlos ist, wenn man nicht weiß, wie viel Energie die produziert. Wie allgemein dieser Balken total nutzlos ist. Und wenn mein Rechner irgendwie kühlen im Auftritt, würde ich sagen, der Renderer ist mal wieder abgestützt. Und rendert nicht weiter. Schön. Ich hoffe, nur die Aufnahme ist nicht auch abgestützt. Ich gucke am besten mal nach. Ja, Einsatz abbrechen. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Vielen Dank.